ja die jahre leute mann herzlichen kommen in seiner weiteren folge die vor uns selbst machen ich bin wieder Garten und Friedhöfe nicht bezahlen ich bin meine Sonnenblumen weil es ist aktuell die Klasse mit dem wenigsten Wert und zwar verhöhliche Gegner belebe und Töte Allstars das ist ja perfekt um heute mal wieder ein wenig auf Feuerblume zu machen ich muss noch ein Kürze zu bieten in Meldel Stoß Meldel Stoß Teil Stoß er kommt schon in Schien Teleporter angelernt lassen wir helfen Meldel Stoß für das auch ein Feuertyp wie ich habe ihn ich habe eine große Rolle seine Drohne er hat er noch eine Heilblume gestellt um er hat es jetzt von Beine es war ein bisschen übel jetzt ja aus dem Platz ihren Leute bis jetzt als er erstes ist nicht drinnen ja ja ich habe zwei weniger der Linie gilt und da bin ich auch tot weil ich würde ich kann mega Kanone hier müssen sein Blumen Korb machen Achtung Drohne da oben weil es ab da und ist er nicht ausschreien aber der Wissenschaftler hat er da in Schieb von den Blumenkorb hat er hat kaum was da Achtung wichtig Achtung geht bei mir der fiegt mich Nein, 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 nein nein, nein, nein du, du, du liegst noch müssen, du musst dich ausruhen ja wir sind hier wieder beste Sonneblumen Gameplay ich kann das Geschütz abballern das muss ich eigentlich machen genau verhöhnen was war es noch verhöhnen, allstars und wiederbeleben das ist ja perfekt Heilstrahl, 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 Heilstrahl ich bin fast verbrannt, Alter jetzt setzt doch die scheiß Heilblume, Alter ja naja, ich hab gesetzen wollen aber es ging nicht so wow, was ist jetzt explodiert Alter, irgendjemand das ist ein Inchi ja, Inchi da hinten da ist er wir streiten bisschen aber sterben tun wir trotzdem nicht das ist Sparta, Alter oh, oh, hinter uns so, ein bisschen scheiße gezielter Typ ihr kämpft mir jetzt mal hier weiter ich glaube, es ist gut im Garten, da Atom Öster, von da rechts down sauber oh, ich brennen naja, ich halte dagegen schlapper down ja na, hello es ging ganz schnell der war schon so gut wie tot ich hatte ihn davor schon gut getroffen und auch angezündet der ist gestorben Achtung, an der Seite Achtung, von oben ja, geht in Deckung, geht in Deckung O, Klo O, Klo Richtig kommt O, Klo, o, eh, doch oro, ohne es bin den Kül ja, ja, mach du es Klo ja, yes Richtig oh, oh, oh O, atom, atom, atom Alter ganz Zeit so am Existenzminimum wir beide nicht Achtung ich brauche eh wieder Belegungen ich wollte hin heilig 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 ich hab das schon an ich glaube ich will sich bedanken oder so er hat er ist wieder genug bedankt dass er von uns wusste der Leiter Achtung nicht nur er hat uns alle erwischt er hat einfach drei Leute er die eine war meine Heilblume aus dem ich wusste der die Dessert da aber auch nicht mehr im Garten ne ne kriegen wir nicht so da ist er ja war es einmal einfach raus aus dem Garten und ins sind sie los exakt beziehungsweise ich versuch's ja aber ich bin tot es war einfach zu heavy ich stand direkt vor dem ich bin alle direkt hinter mir gespawnt ich konnte ihnen nicht mehr schaden machen nein ich hab mich gekillt ey Minimi ich zerstöre drei wissenschaftler heilstation eine Sitzung alter so wiederbeleben und verhöhnen jetzt muss man mit dem verhöhnen muss dann anfangen boah oh man ich krieg schon wieder ne Dings ab mega kanone alter ja der öster kommt von da machen wir mal einen besuch mich oh was ja vor allem ich war schon unten gestanden nur noch oben und die Flieger voll weg und er hat noch einen dritten erwischt einfach ja ich hätte gewollt warte ja ich bin ich bin schon nicht geboren du bist voll weg geflogen halt einfach bei dem nicht kick toll ich komme zu dir links au achten wir jetzt fast tot er ist da hinter dir ja ich da kommen noch andere ich muss noch verhöhnen dann bin ich wieder ein level ab war reingekillt das ist immer mal eine andere Heile weil ich glaube ich irgendwie finde ich keine ja ich muss nur noch ein bisschen verhöhnen und dann bin ich wieder level ab ich bin zwar wieder Plasma Apes Plasma Apes ja der kann halt schön auf Flächenschaden gehen aber dann kannst du mich halt nicht mehr so hoch hier das ist schon geil so eine Blumen Double finde ich schon immer echt geil aber man zu weit wird halt echt hart viel BAM 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 DAM Erbsedame ein Räumtier DAM DAM Bäh! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alter, wie heftig war das jetzt. Auf einmal kommt da lauter Inschieß und oh, ist das von der anderen Richtung. Wie mies ist das? Das kann man doch nicht einfach machen. Einfach aus der anderen Richtung angreifen. Doch, kann man. Da noch so lauter gespawnte Superzombies halt, ne, weißt du schon. Nö. Fast. Klo und Sargen. Ja, und jetzt kommt wieder ein All-Star-Engie-Push. Komm schon. Den habe ich als Vorlage bekommen. Der nächste verreckt. Auch jetzt wird der auch noch. Komm schon, es ist extra Zeit. Verreckt. Komm noch welche? Einige. Ja, okay. Schlitz geschafft. Nein, das ist noch ein Schiss. Komm noch. Jawohl, ich habe jetzt noch schnell mal ein Level ab, nämlich gemacht, kurz zu Ende der Runde. Mit der Sonnenblume jetzt bin ich dann der 115. Ja, Leute, war eigentlich wieder eine ganz coole Runde, muss ich sagen. Dafür gibt es auch wieder ein Glitzerpäckchen. Heute mit der Diamantinnen gefahrene Augenklappe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge PVZ. Bis dahin. Servus und Ciao. Tschüss. Tschüss.